3, 2, 1 Wir springen direkt ins Geschehen 1, 2, 1, 2, 1 Schade, das kriegst du noch Lächerlich Nicht sehen Ich hasse diese Waffe So, nehmen wir erstmal die kleineren Zücher. Die Kamera ist gerade echt wir, finde ich. So. Erledigt. Heute bieten wir euch ein aufregendes Ereignis. Die Tanzfläche wird zur Arena. Fängt aus, flügt die Päden und schließt das Lektor. Heizt wir ins Abbau. So, ich lasse die mal, die Dinger. Komm runter. Hey. Sack. Also, diese Nicht-Effekte, die stören aber echt an der Zeit. Oh, genau auf den Bolz. Komm, ich sterbe. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, was? Ich werde es ja hoffentlich herausfinden. Nun, wir können ja ein wenig umdekorieren. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Oh, das ist Marktclub. Und du hättest dich gefällig an meiner Rippe. Kann ich denn so? Egal. Hier sollst du in echt alles untersuchen. Ja, da kann es immer was sein. Ja, die sind nur grün. Wirklich. So, ich glaube, hier hinten war das jetzt alles. Da hinten gehen wir uns ja auch noch einmal. Und das schaffe ich, das schaffe ich. Ja. Perfektos. Da oben ist eine Tür. Ah, da hinten. Hetz. Nur eine Tür. Elfenbein. What the hell? Wo kriege ich Elfenbein her? Und ich glaube, die Mission ist auch unschaffbar. Ah ja, laufen wir mal weiter. So. Willkommen bei der Teufel hat Talent. Ist ganz einfach, Ante. Überleg und du erhältst eine Aude jetzt mit mir. Was natürlich nur heißt, dass ich nicht persönlich dein Gehirn rausreiße. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlappe. Man sagt, dass du die Macht von Himmel und Trille in dir hast. Sollen wir das mal auf die Kurve stellen? Boah. Nein. So. Sprungwechsel. Ah. Ah. So. Man kann den befreien. Boah. Alter. So fucking kompliziert, war. Also sollen wir anfangen? Die erste Runde wird für einen gut ausgestatteten Kavalverweg. Ein super Schatten sein. Round. One. Fuck. Okay. 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 So, erste Runde vorbei. Naja, zu dir möchte ich nicht ohne. Mieses Schlampe. So. Ja, Mann. Round 2. Okay. Okay. Oh, das ist sicher. Komm schon. Komm zu mir. Lächerlich. 3 Sekunden. Pah. Ja. Für diesen Scheiß hab ich keine Zeit. Warum so der Rest? Ach ja. 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 Bäh. Ja. 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 Das war bloß nicht nerven. Sound 3 Alter, jedes Mal. So. Uiuiui, ey. Oh, meine Fritten. Weiter geht's. So. Die geben da jetzt wenig grünes Leben. Grüne Dinge ab, oder? Natürlich nicht. Komm schon. Okay. Ich habe eine andere Idee. Das war glaube ich die Gaw-Wischen Weg. Ja, oder doch nicht. Aha. Ich freue mich erst mal netten. Ja, ja, ja. Okay, weiter geht's. Tum, tum, tum. Oh, ja. Oh, ja. Ja, komm. Ja, komm. Wollen wir mal jetzt? Okay. 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 Warte mal, ich hab ne Idee, warte mal. Zack. Zack. Hey. Und schon wieder haut er ab. Unglaublich. Okay, da der nicht richtig ausgelöst hat, machen wir hier erstmal wieder ne Pause. Sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns fürs nächste Mal.